Ich möchte Ihnen heute ein paar Sachen anbieten, die Sie morgen bei uns kaufen können. Schach und Matt. Dafür koche ich heute mal. Was hast du am liebsten? Ein feines Pastetli, ein raffiniertes Pilzgericht oder eine Lasagne? Aha, du hast meine die neuen Fertiggerichte von Coop entdeckt. Mide la cuisine. Man kocht es gerne und isst es noch lieber. Und jetzt ganz neu bei Coop, Nasi Goreng. Verschiedene Wäschmittel sind morgen bei Coop zwischen 3 und 5 Franken günstiger. 5 Kilo Persil zum Beispiel kostet nur 15,90. Also bis morgen im Coop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.